So, hallo zum Bau einer Wurfpuppe Teil 2. Der Unterschied zum Teil 1, was wir vorher vielleicht gesehen haben, ist, dass wir jetzt einen mit Judo-Anzug brauchen. Das heißt, für Judo-Cars die erste, die war auch für Ringer, jetzt aber für Judo-Cars. Dazu braucht ihr die Rolle von Teil 1, müsst ihr euch mal angucken, falls ihr nicht gesehen habt, können wir das machen. Dann braucht ihr Geschicktes, wenn ihr eine Nudel habt, aber es geht auch ohne Nudeln. Ihr braucht zwei Klebestreifen, ihr braucht einen Judo-Anzug, einen Judo-Gürtel und ihr braucht nochmal extra entweder Decken oder Handtücher. Und ihr braucht einen Rucksack. Und zwar einen Rucksack, den man oben auch zuziehen kann mit einem Gummezug. So, ihr stand zuerst, damit, dass ihr die Rolle gemacht habt. Wenn ihr die Rolle gemacht habt, dann nehmt ihr diese Rolle und wickelt sie in die Decken ein. So, dass unten die Rolle ein bisschen rauskommt, oben sind die Decken ein bisschen so drüber. Und dann rollt ihr die Rolle so ein. Und dann steckt ihr dieses Paket in den Rucksack rein. Ganz kurz, so tief runter wie möglich, ihr könnt auch einen kleinen Rucksack nehmen. Alles, was er passt in den Rucksack. So, jetzt rein. So, dann müssen wir oben zuziehen. Ich habe leider keine Gummiband. Ich habe leider nur so einen Verschluss hier. So. Bann richtig fest zuziehen. Das ist wichtig. Da muss gut drin sein. Ja. Sieht gut aus. So, dann nehmt ihr die Nudeln. Die Nudeln, die geht ihr in die Handtüte ein. Dann sind die ein bisschen stabiler. Es geht ein paar Rohlenudeln. Hier so einmittel einrollen. Und die Rolle machen. Könnt ihr ja Nudeln vor uns schon rechts schneiden. Ich glaube für Kinder, die haben nicht so lange Arme. Das sind unsere Arme, die nehme ich gleich. So, dann muss ich sie ein bisschen größer machen. Jetzt zuziehen, hier kommt es die Handtücher. Dass sie nicht rutschen. Innen drin. In zwei Klebebänder. So, dann steckt ihr die Arme hier durch. Durch den Rucksack. Und dann zieht ihr hier den Rucksack ganz eng. Los. So, weit es geht. So, jetzt zieht er schon fast so aus wie ein Dummy. Ziehen wir uns in den Anzug. Legen wir hin. Gehen wir den Rucksack. Legen dann so rein. Stecken wir die Arme in die Arme. Sehr kräftige Übelkarte, die ich hier gebaut habe. Ganz schön dinge Arme. Ja, und dann nehme ich mal echt befreund. Kreißen Finkbeiner. So, dann machen wir den Zufahren. Schneiden den Götterbund. Ganz festziehen. So, wir haben unseren zweiten Dummy. Mit Judas. Ja, wo wir auf Tuba sind können. Kleine Fußdürfe machen. Eindrehen. Weglegen. Ja, viel Spaß mit diesem Dummy. Und wir kommen zu Teil 3, wo wir den letzten Dummy dann bauen, der sogar noch zwei Beine hat. Kurze. Ja, viel Spaß mit dem DVELici.